Hallo und herzlich Willkommen bei RC Funfly. Wir sind jetzt hier wieder auf der Wiese und wollen mal versuchen, Jörn seinen T-Rex 700 mit dem 550er zu filmen. Da hängt ja noch das Gimbal drunter mit der Kamera. Jetzt ist das mit der Videoübertragung auch perfekt, es funktioniert. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018